Es kriselt wohl doch nicht. Lisa Marie Straube, 22, hatte in den vergangenen Monaten einige Schlagzeilen wegen eines angeblichen Flirts mit Mats Hummels, 34, gemacht. Vor wenigen Wochen überraschte die Influencerin dann mit Liebesnews. Sie ist mit Too Hot To Handle, Germany-Bekanntheit, Furkan Akaya zusammen. Allerdings gab es bei den beiden bereits Anzeichen auf eine kleine Liebeskrise. Doch jetzt schwärmt Lisa wieder von ihrem Aka. Während einer Fragerunde bei Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, was die Netzbekanntheit am meisten an ihrem Freund schätze. Er ist immer zu 100% ehrlich und spricht offen über Problemchen. Damit wir eine Lösung finden, schreibt sie in ihrer Story. Aka sei ein Familienmensch und verstehe sich auch mega gut mit ihren Eltern. Er ist für mich von Wien nach Dortmund gezogen, obwohl ich weiß, wie schwer es für ihn ist, führt sie weiter aus. Doch sie nennt noch einen weiteren Grund. Er macht mich einfach mehr als glücklich. Vor wenigen Tagen war aufmerksamen Fans jedoch aufgefallen, dass Lisa sämtliche Bilder von ihrem Liebsten von ihrem Social-Media-Kanal gelöscht hat. Auch auf Aka's Account waren keine der wenigen Pärchenbilder mehr zu finden. Offenbar ist aber inzwischen alles wieder gut bei den beiden. Ο Untertitelung des ZDF, 2020